und hallo und jetzt kommt zurück zu tropico 5 ich will gastro war er weiter und kämpfe immer noch ums Geld ich bin um die Wählung Freiheit gibt es nicht geschehen auch weil es einmal gesteckt hat bei uns mal fisch für Schütze aus dem Weg kommen ich will also hier umbauen zur fischerei ne die wollen fischer der trottel egal ich diesmal wir sind drei zimmchen da ne wir sind drei zimmchen da verzeihlich dünn 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 wir kommen jetzt noch mal milch und mein fleisch fleisch schrecklich auf ich brauch geld geld regiert wie immer die und rein da noch ein bisschen geld trotzdem nicht genug meine frage ist egal so alle sind reich und haben geld ja auch alle wohnhäuser belegt ja dank ihrer mühnen wächst die revolutionsbewegung wachstürmchen zwei kostenlose wachstürmchen nicht kennen so als wichtig zwei kostenlose wachstürmchen sind mir lieber gerade welche brauche so und noch ein kostenlosen wachtturm habe ich darum dahin und wie immer brauche ich jetzt habe ich hier noch gelten sehe ich habe mich genug und ich jetzt gesagt ja du hast genug geld habe ich schon da wäre ja natürlich in tavern wo moses weg immer bier serviert ja wie jeder gute kriegen die hierbei ganz genug genug geld ich glaube diesmal werde ich die wirklich platt machen bis er war so weil ich diesmal habe ich seit vier fünf fachstürmchen dieser brauche ich einfach unterstützung sondern einfach nur macht diesmal habe ich viel macht mit dem hier immer ganz große fachstürmchen macht so da kommt die nächsten fachstürmchen das aber da kann ich wenigstens doch das ist auch immer höher nein reicht kann ich ja nicht machen darf ich das geht aber nicht so ganz einfach nicht so so 50 prozent ich habe recht durch die und nach unten habe abhängigkeit grenze überschritten welche turm noch fertig baue und das haus der fachstürmchen baue und das ist ja jemand arbeiten aber überall jeder wussten sie dann auch die revolutions bewegung drei revolutions leute ich bin ja recht für mich weil alles voll aber ja das ist doppelt 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 so fertig fertig ja ich kann die unabhängigkeit erklären diesmal ist das sogar sinnvoller denn diesmal ich habe das war dumm dass ich die tümpchen da aufgestellt habe ich möchte sie einmal rüber setzen müssen ja ich glaube ich gerade selber das war dumm das war mal dumm nein diesmal nicht ich will jetzt mal sich auf die frist bekommen habe alle ab da richtig cash dann aber oder ob der west indien export so ganz schnell angekommen raus wie ein daumenschmaus das wird das wird um die kreire sagt sie dann weiter mal wir haben auch so eben es ist ein bisschen weil ich übeln Prozent der hat sie liegt er war ein Jahr und sieben Monate die ich krieg ich noch ruhm wo ist denn hier hinten da etwas der wirtschaftet wird wird hier wieder auf mein landbank und weiter ihr wollt aber reich gelebt bitte und jetzt hier nehmen da war gemiet ich mache nicht mehr geld der eine turm ich muss eigentlich unsere armee macht zwar klein bauen sie ein militärer vor ja das brauche ich jetzt auch das ist ein bisschen tabak noch drin aber ich brauche mega viel militär jetzt so richtig viel militär aber ich super viel militär bräuch ich mich auch mega viel mit habe ich schon mal gesagt super viel militär damit ich diesmal ja nicht so ab wie gerade wie gestern doch gestern also ich wagen ne ich war ich bleibe auf dem spark so oder oder presidente seine majestät zeigt sich jetzt behalten wir auf die schritte guck mal die schrittkräfte kommen sogar richtig auf der richtigen seite ja ich lebe und werde weiter kämpfen das kann so wie soll diesmal sogar weniger ich hab sogar diesmal wir verlieren diese schlacht ich glaube ich aber diesmal nicht wir kämpfen auf den Straßen und am Strand gegen euch das glaube ich diesmal nicht ah die haben wir jetzt wir werden es euch zeigen ja wir werden diesmal gewinnen man läuft bei der El-Präsidentorum jaey naja ich mal der viele Gastrop wir werden es euch zeigen naja bumm bumm bum bumm 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 wir schaffen das wir schaffen das der Turm Sedans mehr habt ihr nicht drauf das ist für das gute batallium was ich ja beim türmchen nein ich habe es doch geschafft dann geht alles noch weil ich habe nicht auf keinen fall aufnehmen forschung immer da und dann war ein panzer denn das und dann ist ja also diese liebesleben in ihrer familie hat zu einer unerwarteten schwangerschaft nach der Geburt des Erben schwiegen alle Tiere so so das ist mein Kind der Köln und Sieger um zu ziehen dann kommt die Erwanderung der Tropico nie mehr lassen wir uns die Fesseln der Europäer anlegen von nun an tragen wir unsere eigenen Fesseln Make in Tropico weiwalt Präsident diese so und da rein rein so ausfüllt er ist mir sicher wieder neu Tabak Tabak nimmt keiner mehr an egal ich muss mir meine kohle nicht anbauen ein Schiff da fahrt das kacke meine er sagt Google 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 ich brauche einfach nur Geld 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 der Verwicht der der für mich die stadt schon aufnehmen ja ich habe staatsschulden aber ist mir lieber eis cool und häuser ja ich brauche ganz viel militär ja und noch eine truppen noch ein truppen so da ist er noch Prozent dann habe ich aber noch Geld weiß dann wie Zeit für eine Fiesta Tropico kommt zur Jolly Roger und feiert die strahlende Zukunft die vor unserer Nation liegt heute Abend Zeit die Zukunft die ja so fertig so Zukunftszeit heute lieber schön für die Zukunftszeit und jetzt passt als und jetzt mal stellen wir auf mal ganz schnell das wird das aufgebaut wieder ist festungen und eine alles wohl warum ich mich noch mehr Geld als kann ich mir nicht aufnehmen schade schade Schokolade das finde ich echt beschissen egal guten tag guten tag für deutsch ab wann jetzt sehe ja so dann bauen wir mal die Jolly High Skorälen und überall wirklich mein ich fertig gebaut heute sind die Filmchen und hier darf ich so baumwolle habe ich nicht ich bin ich baumwolle 8000 alter ein Schiffchen das viel Geld um schneller rein in den Hafen eine perfekte Geschäftsgelegenheit nein eine perfekte Geschäftsgelegenheit oh ja nein natürlich verändern können perfekt 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 ich kann ich meine kohle abbauen was bei der war das was ist zu viel sandhäuser um noch mal mehr passt doch dann habe ich hier endlich mal meine kohle miene drin und hier kommen nicht mal schlaue Leute raus hier kommen die rein ganz einfach boah fertig wird gelernt ich muss die steuern senken ich bin irgendwas kaufen ja einen kleinen laden sogar riesigerweise und noch ein kleiner laden und dann will ich nicht zuhause riege hier vorne machen dann geht das dann geht das ja dann geht das ja so ist das ist nur innerländisch oder machen wir auch alles ja da arbeiten jetzt ein paar leute auf jeden Fall braucht man die kohle miene das ist besser die gibt mir noch mehr Geld und dieses an der ist Militärfonds ja das schreibt nämlich nicht so viel oh gott nein hör auf wo haben wir denn hier nenn ich sicherheit nicht schöner gewissen hat er ist nicht so oder freiheit freiheit die türmchen hier schreien ultra wenig schreibt das hier dagegen schreibt nichts aus also sehr nervig laut ja wenn wir das jetzt ich habe noch 100 ach so ich habe einmal dazu bekommen so geht doch alles schneller als ich gedacht habe so der nächste Dampfer dann krieg ich da schön Geld ich vorgabe lecker Geld sagen das stimmt ja nicht Geld wieder was ich ausgeben kann um einfach hier so wo immer nicht zu lange außerhalb bleiben weil ich muss einfach es muss einfach lautstärke technisch laut genug sein damit ich ich muss eigentlich laut genug sprechen damit damit ich nicht auch eine klinik habe ich ja fast vergessen zu bauen da wollte ich gerade noch hingewiesen auf so 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 und wir wollen kleine schrandregeln so so ach ich kann mir eine farm leist ich kann nicht meine steuern äh nicht steuer der steuer müssen alle zahlen ja ja jetzt weil die uns gebäude sind noch mal wer pflicht ja er pflicht alles am besten aber ja das ist schon ein bunt mein schädel anschläge wo er verrußt sich denn kommen mit sport hat die mine die brauche ich noch ich habe mir noch was leist normalen ding voll geil war jetzt vielleicht ich muss aber die schulden oder wird zurückbezahlen fast sogar ich habe ich hier noch was ich kaufen kann da kann ich nichts verkaufen so und jetzt richtig so jetzt wird es besser als gebaut ja immer geht man geht reinstecken um Geld wieder rauszuholen wirklich aber bald so viel Staatszinsen wird sind in dieser Stadt sein muss war extrem aber dann hat sich die Minen so die Minen von Müll ja aber das geht wie immer ja und was weiß was passiert ist ja auch was jetzt passiert ich beende mit einer Zufriedenheit von mal eben guten 70 prozentig die Folge bis zum nächsten mal euer LBV schieß